Einsatz für KEF 1, Oberthalstraße. Untertitelung des ZDF, 2020 Leitstelle Mülheim von 1KF 1, kommen. Zielleitstelle Mülheim, kommen. Frage nach weiteren Informationen zum Einsatz, kommen. Anrufern meldet Baum auf Fußgängerweg, wir werden vor Ort eingewiesen, kommen. Verstanden, Hände. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Leitstelle Mülheim von 1Ki F1 kommen. Hier, Leitstelle Mülheim kommen. Erste Lagemeldung. Ast auf Fußgängerweg. Keine weiteren Schäden zu erkennen. Räumungsmaßnahmen mittels Kettensäge werden eingeleitet. Kommen. Er wird verstanden. Ende. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leitstelle Mülheim von 1KiF1 kommen. Zielleitstelle Mülheim kommen. Schließende Lagemeldung, Bereich geräumt, Brücken wieder ein, kommen. Lagemeldung, Bereich geräumt, Brücken wieder ein, kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. ...Aktionen zum Einsatz. Kommen. Pkw mit Betonschutzwand kollidiert. Autobahnabschnitt gesperrt. POL vor Ort. Kommen. Verstanden. Ende. Untertitelung des ZDF, 2020. 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 Erste Lagemeldung. Verkehrsunfall Autobahn. Ein Pkw auf der linken Fahrspur. Einsatzstelle durch POL gesichert. Lage wird weiter erkundet. BW1. Kommen. Zielleitstelle Mülheim. Kommen. Weitere Lagemeldung. Fahrzeug wird gesichert. Kommen. Kommen. Das ist verstanden. Ende. Kommen. Hände. G temples. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Drücken wieder ein, kommen! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020